Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, die Binding of the Repentance. Heute mit einer normalen Folge. Ach komm, wir machen mal Samson und machen den Greedia Mode. Das letzte Mal habe ich ja versucht, hier im Trainer Dingens Challenge zu machen, aber das ging ja mega nach hinten los. Deswegen machen wir jetzt dies. Und dann schauen wir mal. Wie er sich so entwackelt. Ich bin gespannt mit dem Kollegen hier. Das dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein, ne? Ja, wie gesagt, wir schauen mal. Ich brauche eigentlich nur ein bisschen Defense. Also eine Menge HP-Ups brauche ich. Ja, und dann regelt sich das hier am besten schon von selbst. So, so. Schaut her. Hey. Wo bist du? So. Easy. Warte mal, war da noch eine Bombe? Ne, na? Na, 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 na. The power of love. Oh yeah. Wir gehen mal ein bisschen mit dem Speed runter. Das ist... Speed ist nicht gut. Für die Herzkranzgefäße habe ich gehört. Bin kein Profi. Aber man kriegt so einiges mit auf der Straße. Ha! Die die bühne 이유 ich glaube das wird gut Schuss Ah 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 Hey Hey Hallo Könnt ihr, hallo, nicht immer dieselbe, nicht immer dasselbe Spam Huh Schließ, 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 schließ Nope Ich glaube wir behalten das mal so wie es ist Ich glaube das ist ganz gut Hab ich Alles richtig, ja hab ich Gut Okay Cool Interessant Nicht so interessant Ah, knack Die Frage erst Nu Oh Ähm Hm Okay Okay Dann machen wir das mal so Hier so Hä noch As Kind wenn ich es geht 공 Nächster, bitte. Achso, da. Ich hab die... Hey! Nee, muss ich sagen, fand ich jetzt ein bisschen gemein, ne? Oh, warte mal. Oh, da fällt mir grad was richtig Gutes. Ein. Ähm, suboptimal. Au. Okay, ich werd rot, that's good. Ich werd schon ganz rot hier. Okay. Hola, doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo. Nein, nicht den machen, du. Und jetzt, Mann. Ich bin, äh, schwierig gerade. Ich bin so hart am überlegen, ob ich gleich die Reverse-Stars-Karte einsetzen sollte im Angel-Deal-Raum. Oder ob ich's hoffen... Ach Gott, ey, verpisst euch doch alle, ich hasse euch so sehr, ne? Ohne Scheiß, Schmord in der Hölle, ihr kleinen, ekligen... Komm her, komm, 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 komm. Was ist los? Hä? Keine Erziehung genossen, wahr? Weil ich mein, das ist so, äh, im Angel-Deal, die Reverse könnte Eden's Soul spawns random... Wow. Äh... Ach so. Okay, es ist anscheinend, äh, jetzt Close Combat. Aber das ist okay. Wir kriegen das hin. So. Ich bin aber immer noch ein bisschen slowly unterwegs. Aber ich sag mal so, das ist auch okay. Ähm, ja, nehmen wir mit. Das war ein bisschen dumm. Ich hab immer noch meine Zander-Teil. Aber wieso... Hat der jetzt das Herz genommen, anst... Anstatt das... Hm. Killing an enemy at three seconds to the... Komm, gönn mal. Nein, da ist ein Item bei. Das könnte ich mir tatsächlich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich krieg 17, pass auf. Leute. Das wird mega gut. Ich hab ne Idee. Ich hab noch ne Idee. Also erstmal... Genau. Äh. Plus minus null. Das ist gut. Schwing. Okay, okay. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Was hier los? Was hier los? Yes, sir. Okay. Uts, utts, utts. Aua. Mist. Mist. Okay. Okay. Ich würde ganz doof behaupten, das war eine gute Investition mit dem... wo ist er da? Mit der Investition in Birthright. Ich treib' ich von mir her wie meine kleine Dütte im Out hier. Oh, der Daumen wird laun. Kann man da nicht irgendwie was machen? Haben wir nicht was von Ratio-Farm? Gute Preise. Gute Besserung, Alter. Zack, 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 zack. Okay. Okay. Gut. Oh, fliegen. See, fliegen. Oh mein Gott. Du Visa-Mixer. Und ich zeig' euch jetzt gleich was Lustiges. Plus 0,8. Passt auf. Also erstmal machen wir hier den hier. Dann... Nehmen wir dich mit. Alrighty. Partner. Keep on ruling, baby. Das wird jetzt alles ein bisschen crazy. Aua. Aber ich hab'n Plan. Scheiße. Und ich hab'n Plan. ...Strength. Ne, das gibt keinen HP ab, ne? Vollha... Nö, nö. ...Strength. Dazu noch ein paar Bömmchen. Aber natürlich. Was haben wir hier? The Bipsen. Already. Ich bin so schnell unterwegs. Fly me to the moon. Okay. Ich könnte ein bisschen schneller sein. Das gebe ich zu. Habe ich kein Problem mit dem, das zuzugeben. Ähm. Ja, ich hasse dich. Oh. Okay. Aua. Lass das jetzt. So. So. Ich könnte ein bisschen stärker sein. Ah, di я свободен jetzt aber. Komm her! Komm her! Schwing. Oh oh. Oh, das ist aber... Oh mein Gott. Alter. Okay. Ja, sehr gut. Nicht gut. Dekker. Was war denn da los? Ich hätte gerne die Blue Map. Oder irgendwas anderes in die Richtung, so dass ich was sehen kann. Dekker. Dekker. Das war... Nö. In der Ruhe liegt die Kraft. Nö. Vech. So, 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 so. Rapid Bomb. Fast Bomb. Entschuldigung. Clean Speed Up. Oh yeah. Die, 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 die. Die, die, die. Wenigstens etwas nicht. Wo bist du denn? Bleib doch. So. Ich weiß, ich muss aufpassen, aber das wird schon alles. Das wird schon alles gut. Kommt her, du. Und du auch. Nein. 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 Ich kriege das noch hin. Alles im grünen Bereich. Wir können mal hier eben kurz durchtauschen. Das ist gut. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir nicht mit anscheinend. Aber es geht. Oh. 14. Sehr gut. Vielleicht kommt danach nochmal ein, ähm, Speed Up. Ne. Okay. Gut. Dann nicht. Aber es geht weiter. Und deswegen, Leute, bin ich hier. Wisst ihr, das ist einfach das Ding. Ihr habt nicht an mir geglaubt und nicht so, was ist das? Oh. Egal. Ist doch gut. So, seht ihr? Easy. Easy. Jetzt brauchen wir nur noch. Mhm. Oh, ich werde gleich was Verrücktes tun. Oh mein Gott. So. So. Sehr gut. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, sehr gut. Das ist un-fucking-fassbar. Aber ich glaube, ich bin jetzt, ähm, in einer guten Position, damit ich es schaffen werde, die Greedian Mode. Mit dem Kollegen hier. Ah, komm. Ne. Ich weiß, ich habe noch das wunderbare Wie viel? Das ist gut Ich will auch nur Ich muss weinen, muss ich nicht Das wird gut Das wäre halt richtig mies, wenn ich verlieren würde, aber Das wird richtig gut Komm, gib mal was bisschen mehr Ich möchte wohl schneller werden hier Ja, warum eigentlich nicht Nein Ja, okay Okay, okay So, kurze Pause, ich muss telefonieren So, wo waren wir stehen geblieben? Für euch nur eine Sekunde, für mich ein halbes Jahr Achso, ja, ich weiß wieder Kein Problem Ja, weg So, weg damit Stimmt, ist ja die Ehrenrunde Perfekt Zack, zack, zack Stackt das eigentlich, wenn ich gleich nochmal Birthright ziehe Ich bin so unverschämt stark Boats, boats, boats Ey Nope Kein Devil Deal Wir nehmen kein Devil Deal an Judge Und Speed Up würde ich annehmen Ja Es fühlt sich normal an Okay, das ist das Okay, das mag ich nicht Das möchte ich auch nicht haben Und Chaos Natürlich Nee, nehm mal mit Gut Warte mal Wenn ich Warte Nee, komm Den Spin Down Dice nehmen wir nicht mit Aber Was schießt? Kann der Schie Ich nehm anscheinend doch den Spin Down Dice mit Das ist ja kriminell Oh doch, er schießt die Dinger Absurd Ähm Haben sie noch Fragen? So Wir will Du 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 Was sehen wir da? Wörp Wörpschen Wörpschen Ähm Wörpschen Ja Und dann gehen wir einfach weiter Cool Wes footsteps los тем los 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 outros los Jawoll, wo? Ja, ich würde sagen, das ist auch nur noch ein Kinderspiel. Fertig so. Ach, Ladies. And Gentlements. Im Luan? Ich nehm dich. Dankeschön. Best Buddy? Er ist mein neuer bester Freund. Du, du, du. Du, de, du, 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 du. Hm. Jo. Ich steh dran drauf, Dinge zu sehen. Ne. Ne, 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 das versaut mir nur alles. Hm. Interessant. Nö. Ey, machen wir hier nicht den. Na, wir können mal den machen. Zack. So. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Great. Ach ja, ich kann die einfach so einsammeln, ne? Hm. Klar. Weiter. Weiter. Hä? Was haben wir denn hier? Oh, sehr gut. Das ist ein ausgezeichneter One-Dam-Dam. Was soll denn noch passieren, hm? Ich hab noch 33. Was soll HARRIS-Dam-Dam-Dam-Dam. BdW-Dam-Dam-Dam-Dam-Dam-Dam-Dam-Dam-Dam-Dam. ZEW, BAS. Ja So Was ist passiert? Ich hatte eine Panikattacke Okay, es geht los Okay, nächster bitte, komm schon, komm schon Ich mach euch alle fertig Zack, 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 zack Schwing Easy Easy Gut, dann haben wir das geschafft Dann sind wir damit heute durch Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wenn's wieder hat die Binding of I Take Repentance Bis dahin Habt eine schöne Zeit Gehabt euch wohl und Ciao, ciao